Ich weiß, wie du tickst. Ich weiß, wie du tickst. Du willst das Verhalten anderer erklären? Motive erforschen und Entscheidungen verstehen? Du willst mit Zahlen, Daten, Fakten die Märkte mitbestimmen? Strategien ableiten und Unternehmen voranbringen? Du bist auf der Suche nach dem Wie? Join der AMO-Team und begegne den Konsumenten von morgen. Bis zum nächsten Mal.